Ah, die Damen wissen auch, was gut ist. Es ist die Cremigkeit von Bressot. Stimmt's? Weil er so würzig ist. Dann sind es die feinen Kräuter der Provence. Aber was denn dann? Er ist leicht. Das ist nämlich der leichte Bressot, der man ein bisschen auf seine Figur achtet hat. Unwiderstehlich, cremig und würzig. So ist Bressot. Jetzt neu, der leichte Bressot. So ist das, der leichte Bressot.